herzlich willkommen zurück wir sind jetzt beim fenster allgemeine form für dieses video solltest du bereits wissen wie man überprüft ob ein punkt eine lösung einer gleichung ist und dein ziel für dieses video ist es die allgemeine form der geraden gleichung kennenzulernen hier steht nun hier mal x minus 3 mal y ist eine geradengleichung in allgemeiner form wollen wir die gleichung in die form y ist gleich k mal x plus d um also in die funktionsform und dann sollen wir angeben welche steigung diese gerade also hat versucht das zunächst alleine und passiere dazu kurz das video gut also wir sollen diese geraden gleichung nun in die funktionsform y ist gleich k mal x plus d umformeln das heißt am ende wollen wir dass das y alleine auf einer seite steht also das y alleine auf der linken seite der gleichung und der rest auf der rechten seite das heißt wir könnten einfach mal minus vier mal x rechnen ich schreibe die gleichung noch mal ab vier mal x minus drei mal y ist gleich 17 rechnen wir im ersten schritt minus vier mal x dann erhalten wir minus drei mal y ist gleich 17 minus vier mal x nun können wir die ganze gleichung durch minus 3 dividieren die video durch minus 3 dann erhalten wir y ist gleich minus siebzehn drittel und hier haben wir dann minus und minus ergibt plus plus vier drittel mal x nun vertauschen wir noch die beiden termen dann erhalten wir y ist gleich vier drittel mal x minus 17 drittel mal x damit ist vier drittel die steigung k und minus 17 drittel ist der y achsen abschnitt die zweite aufgabe lautet nun in welchem punkt schneidet die gerade die waagrechte achse beziehungsweise die senkrechte achse also die x beziehungsweise die y achse bevor wir das beispiel gemeinsam lösen versuche jetzt zunächst wieder kurz selbstständig und passiere dazu das video gut berechnen wir zunächst den schnittpunkt mit der y achse also mit der senkrechten achse um das zu berechnen setzen wir die x koordinate einfach 0 denn dort wo die x koordinate 0 ist also an dieser stelle finden wir auch den den schnittpunkt mit der senkrechten achse mit der y achse nun berechnen wir für x ist gleich 0 die y koordinate das heißt y ist dann 4 drittel mal 0 minus 17 drittel also minus 17 drittel das heißt den schnittpunkt nennen wir in den schnittpunkt mit der x achse berechnen und den erhalten wir indem wir die y koordinate 0 setzen das heißt wir wählen y soll 0 sein und setzen nun das wir in die geraden gleich um das heißt 0 ist gleich 4 drittel mal x minus 17 drittel nun formen wir das ganze auf x um das ist wir rechnen plus 17 drittel 17 drittel ist dann 4 drittel mal x nun rechnen wir mal 3 also 17 ist gleich hier mal x und nun noch dividiert durch 4 drehen wir auch gleich die linke und rechte seite um dann erhalten wir x ist gleich 17 viertel und das heißt den schnittpunkt mit der x achse nennen wir in s x achse finden wir bei der x koordinate 17 viertel und bei der y koordinate 0 im dritten teil der aufgabe steht nun gegeben sind die punkte a b und c begründe für jeden punkt ob er oberhalb unterhalb oder auf der geraden liegt versuch die aufgabe wieder zunächst selbstständig zu lösen und pausiere dazu kurz das video gut beginnen wir mit der überprüfung für den punkt a wir verwenden die x koordinate 5 und setzen sie ganz einfach in die geraden gleichung ein und berechnen damit die y koordinate also beginnen wir mit dem punkt a und berechnen die y koordinate aus der gleichung das heißt y ist gleich 4 drittel mal die x koordinate ist 5 mal 5 minus 17 drittel das heißt wir haben 20 drittel minus 17 drittel also drei drittel also 1 das heißt bei der x koordinate 5 ist die y koordinate 1 das heißt die gerade geht durch den punkt nennen wir ein p p a und die x koordinate ist 5 und die y koordinate ist 1 das heißt die gerade geht genau durch den punkt a durch weil sie auch durch den punkt p a durch geht und die sind ja ident machen wir nun die berechnung für den punkt b wir verwenden wieder die x koordinate diese ist ja 3 das heißt y ist gleich 4 drittel mal 3 min minus 17 drittel haben wir dann 12 drittel minus 17 drittel das sind dann insgesamt minus minus 5 drittel das heißt nennen wir den punkt p b die x koordinate war 3 und die y die berechnete y koordinate ist minus fünf drittel das heißt vergleichen wir das mit dem punkt b hier oben dieser die x koordinate 3 und die x koordinate 3 und die y koordinate minus 2 und hier haben wir die y koordinate minus fünf drittel minus fünf drittel ist größer als minus 2 das heißt der punkt p b liegt also der punkt p b liegt natürlich auf der geraden und der punkt b liegt unterhalb der geraden weil minus 2 ist kleiner als minus 5 drittel das heißt der punkt b muss unterhalb der geraden liegen überprüfen wir das ganze noch für den letzten punkt c wir setzen wieder die x koordinate in die gleichung ein diese ist ja minus ein drittel das heißt y ist gleich 4 diese ist tschuldigung dieses minus 1 das heißt 4 drittel mal minus 1 minus 17 drittel ist gleich minus 21 drittel das heißt ist der wert minus 7 nun können können wir den punkt p b durch den die gerade durch geht auch hinschreiben die x koordinate ist minus 1 und die y koordinate ist minus 7 vergleichen wir das nur mit dem punkt c hier oben minus 7 ist kleiner als minus 6 das heißt die gerade geht er durch den punkt pc durch und der punkt pc liegt unterhalb von punkt c das heißt der punkt c muss deshalb überhalb der geraden liegen